Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy. Ich habe mal wieder vier Filmchen für euch, die ich in letzter Zeit ein bisschen gesehen habe. Und der eine oder andere wird schon ziemlich überraschend vielleicht für euch sogar sein. Weil es ist was dazwischen. Ich erwarte jetzt schon einen Hassstorm und so was alles, einen Shitstorm. Und ja, was soll ich sagen? Es ist jetzt meine direkte Meinung. Und ja, es sind so wirklich Filme dabei, wo ich sagen muss, hart an der Grenze. Aber fangen wir doch einfach mal an, weil es geht hier tatsächlich um Wrong Turn The Foundation. Das ist der siebte Teil von der Wrong Turn Reihe, also sogar der letzte. Aber es ist keine Reihe, sondern tatsächlich dieser Film ist ein Reboot. Und so sollte man ihn auch tatsächlich ansehen und nicht irgendwie, was ist das denn jetzt für ein Dreck? Und ja, der Originale ist viel schöner. So weit wollen wir das jetzt am besten erstmal gar nicht sehen. Es ist ein Reboot und auf dieses bewerte ich das dann auch mal. Weil Wrong Turn 1, der Originale, also wirklich, das ist eigentlich der beste Teil, den es geben kann. 2 geht noch. Alles, was so ein bisschen aufwärts geht, wird so ein bisschen anstrengender. Der, aber wir gehen jetzt einfach mal auf diese Foundation rein. Nehmen wir das jetzt nur auf Reboot, nicht irgendwie ein Vergleich oder so. Der Film ist mega. Also wirklich, mir hat er richtig gut gefallen. Das liegt wohl daran, weil es keine entstellten Leute mehr sind, sondern wirklich wahre Leute. Also okay, die entstellten Leute sind auch wahre Leute. Wie soll ich das erzählen? Es ist eine Gruppe von Menschen, die sich abgelegt haben, so Richtung Stadt weg. Die wollen mit allen nichts mehr zu tun haben. Die wollen ihre eigene kleine Sache haben und hart arbeiten und so alles. Und wenn die Leute in den Wald kommen, werden sie natürlich auch gejagt. Die haben dann nämlich nichts zu suchen. Das ist ihr Gebiet. Und das finde ich natürlich auch sehr gut gemacht. Einmal ganz kurz zu dem Film. So weiter. Für mich muss ich sagen, es sind drei Teilen eingeteilt. Einmal, ja, wo wie es beginnt, bis hin zu das Jagen. Also dann werden sie gejagt. Dann sind sie gefangen. Und danach kommt die Flucht. Also wirklich, das sind so wirklich drei Sachen. Obwohl die Flucht bleibt nicht mehr viel übrig von den Leuten. Weil der ist einfach nur echt gut. Schauspielerisch. Tolle Leistung. Viel Angst. Da merkt man aber auch, dass sie wirklich echt ihr Bestes geben tun. Also die Angst und Schrecken. Warte, 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 warte. Und so richtig geil gemacht. Also ich muss schon sagen, einfach mal die anderen Wong-Turnen ausklicken. Und den so nehmen, wie er ist. Und da muss ich sagen, ich würde mich auf den zweiten Teil wahnsinnig freuen. Nun ist der Hauptmann aber tot. Aber die ganze Gruppe existiert ja noch. Also es spricht nichts dagegen, dass da noch ein wirklicher Teil kommt. Also wirklich, hammermäßig der Film. Ich kann ihn nur wirklich empfehlen. Und springen wir mal rüber zum nächsten Film. Das ist nämlich Castle Freak. Castle Freak, den kennt ihr vielleicht. Ein ziemlich alter Film. Aber auch das ist jetzt ein Remake. Nicht der Originale, über den ich rede. Der Originale fand ich in Ordnung jetzt nicht so der Burner. Da musste ich schon sagen, hui. Diese Version, diese Remake-Version, finde ich sehr, sehr gut gelungen. Die Atmosphäre. Und die Zusammenarbeit zwischen dem Mann und der Frau ist schon ziemlich heftig. Also zuerst verstehen die sich. Er wird natürlich schnell das Schloss verkaufen. Also den Castle. Und sie ist zuerst dann dafür. Und sie hört dann doch immer, was ist hinter der Mauer. Er glaubt es nicht. Er fängt wieder an, Drogen zu nehmen. Er war ein Drogenproblem und Trinkproblem. Und da geht es dann noch weiter. Das Problem ist natürlich, die Frau ist blind. Auch hier, komischerweise, wie das Zufall das will. Durch einen Unfall, einen Autounfall. Da hieß es dann, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Und dann hat man später dann gesehen, dass sie völlig blind ist. Also keine Ahnung, was der Unfall da jetzt verursacht hat. Aber auf jeden Fall war es nicht schön. Der Film Anna für sich ist richtig gut. Die Wesen und die Hintergründe vom Film. Auch hier spannend gemacht. Der Abschluss, wo der Alte wiederkommen soll, kommt wohl auch wieder. Während die blinde Frau halt anscheinend ein Baby bekommt. Und dann war Schluss der Film. Also auch wirklich hier ist der schlagartig beendet worden. Schreit nach einer Fortsetzung, weil ich sagen muss, Hut ab. Gut gemacht. Ich will keine Vergleiche zwischen den anderen Filmen sehen. Ich nehme hier nur diesen Film. Also jetzt wirklich diesen Film. Und der ist einfach klasse gemacht. Kann man nichts meckern. Jetzt kommen wir zum, ich spuck auf den Grab. Den Original. Den habe ich mir jetzt natürlich gestern angesehen. Ich war jetzt neugierig, was da so abgeht. Weil ich den ewig nicht gesehen hatte. Und ich muss sagen, schauspielerische Leistung. Top. Man hat es sogar auch irgendwie gesehen. Also, dass man nicht ernst alles war. Weil man hat den Hass in ihre Augen tatsächlich mitfühlen können. Und volle Verständnis für die Frau. Dass sie da völlig überreagiert, sag ich mal so. Natürlich ist es Mord. Keine Lösung. Aber die Story, die geht auch ziemlich weit weg. Zwischen diesem Remake und dem. Wo ich sagen muss. Sorry Leute. Der Remake gefiel mir um einiges besser. Hier geht es mehr um diese, wirklich herzergreifend alles. Es tut schon einem leid, wie die Frau, ähm, ja, vergewaltigt wird. Und dann gehen sie wieder weg. Und sie kappelt in der Welt. Da kommt nichts. Und springt auch nochmal auf ihr drauf. Es ist wirklich schon krass. Und man hat es wirklich an ihrer, ja, weiß ich nicht. Entweder ist sie wirklich eine gute Schauspielerin. Und nur noch geschrien und natürlich auch geweint. Und irgendwann war sie einfach fertig. Sie hat es nur noch mit sich entgehen lassen. Sie hatte einfach keine Wahl mehr gehabt. Sie war wirklich fertig. So kam es im Film zumindest auch rüber. Und der eine, sag ich mal Vollidiot, der sollte sie dann auch killen. Hat es aber nicht gemacht. Weil, ähm, er sie doch halt gern hatte. Und, ja. Er ist auch der Erste, der dran glauben musste. Und eigentlich hatte er auch, eigentlich den brutalsten Tod. Hat er nicht verdient. Er hat sie immer noch versucht zu schützen. Er hat sie nicht umgebracht, obwohl er das sollte. Ei, 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 ei. Er hat eigentlich nicht verdient, so grausam ermordet zu werden. Das waren so jetzt erstmal meine drei Sachen, wo ich sagen muss, Remakes sind besser. Jetzt habe ich natürlich noch einen vierten. Und das hat mal kein Remake oder so. Ich muss mal sagen, der nennt sich Tuck, a Highschool Splatterfilm. Ist das ein Splatterfilm? Ja, was du auf dem Kevin Bild siehst, das passiert tatsächlich. Der Film ist schon so blöde, dass er schon wieder fast gut ist. Jetzt verstehen tut man die Story nicht ein Stück. Ich habe jetzt noch Schwierigkeiten, den Film nachzuvollziehen. Weil irgendwie haben sie wohl eine DNA aus der Frau geholt. Das war dann die Zukunft. Ich weiß bloß immer nicht, in welches Spiel war sie drin. Das habe ich so in ganzen Filmen nicht verstanden. Das war wirklich sauerre. Es geht eigentlich nur darum, eine Frau, also nicht eine Frau, ein Mädchen eher gesagt, jetzt in diesem Sinne, obwohl das waren eher trotzdem junge Frauen, kamen so nicht rüber, dass sie wirklich Schüler sind, machen einen ganzen Bus mit diesen Schülerinnen, fuhren eigentlich weg, haben Spaß. Da kommt ein Windsturm, der muss so stark gewesen sein, dass die Blätter alle so wegschneiden tun. Da kommt einmal so ein Teil und zack, einmal den Bus zur Hälfte durchgesäbelt. Und die Leute sind natürlich bis zur Hälfte alle durch. Und das Blut schmritt nur raus, bis auf ein Mädchen, die hat nur überdebt, weil sie sich nach dem Stift gebückt hatte, als das passiert. Sie lief natürlich weg, da kommen auch ein paar andere Leute und zack, sind sie auch gleich zerschnitten worden. Also es ging hier tatsächlich nur um diesen Splatter und brutalen Effekte, aber die Story alleine, pff. Interessant fand ich die Story denn jetzt auch noch. Sie war voller Blut beschwert und hat noch eine Kleidung gefunden. Von einer Schülerin, die tot war, also zerstückelt. Aber nein, dieses Oberteil war noch sauber und frisch. Da fragt man sich doch, wie ist das passiert? Und noch nicht mal durchgeschnitten. War natürlich ein bisschen so. Und als ich das später gesagt hatte, habe ich von einer Schülerin angezogen. Gut, diese Kleidung hing natürlich da, aber woher kommt sie? Das war jetzt schon wieder sehr auffällig, wo man eigentlich schon im Film dann denkt, was? Also so ist denn schon mal das. Und dann war sie, also zumindest als das passiert ist, lief sie also weg. Und kommt ja eine Schule an und weiß noch nicht mal, welche Schule das eigentlich war. Sie hatte eine Freundin und hä, was ist jetzt los? In dem Text steht drin, das, warum ich mir den Film überhaupt angesehen habe, dass ihn eine Zeitschleife steckt. Der Film hat mit einer Zeitschleife gar nichts zu tun. Und parallel im Universum, was dann nachhinein kommt, auch gar nichts. Es hat mit alles was zu tun. Bloß verstanden hat man es nicht anscheinend. Also ich muss sagen, wer neugierig ist, schaut ihn euch einfach mal an. Vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Grips. Ich habe ihn echt einfach auch den Schluss, es hat was mit dem Spiel zu tun gehabt. Aber in welchem Spiel, ja, war sie denn digital? Ne, war sie nicht. Zu Schluss hast du das gemerkt, sie war nicht digital. Ich habe keinen Plan. Ein Film ohne Handlung, ohne Sinn und ohne Verstand. Bis dahin auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, immer dran denken. Wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Bis dahin auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.